auch jetzt wieder ist in ordnung und ich bin ich folge wo ist das curry ob das curry hat so lecker geschmeckt man damals war ich bei der kaiserlichen gerade hier dann befehl und den befolgt ich eben aus blieben gehorsam ja gehörst du zu alexis männern wenn ja dann wo ich habe sorgfühlen müssen glaube ich hin wir müssen über ihren gut aber erst mal curry ist etwas curry ist mir nicht gehört jetzt gehört es mir mit einem alten mann ich habe nicht mehr lange zu leben danke du hast dich wirklich für uns eingesetzt was los ich kann es genau da na trago enersat ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin du Ich bin ein ganzes Kuss. Ich bin fast, nicht? Ich bin ein guter Hübscher. Ich habe mich für ein Schraub. Ich habe mich für ein Schraub. Ich habe mich für ein Schraub. Alles gut, Karol? Ich werde morgen ein Schraub. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen überrascht. Wenn ich mich überrascht, dann werde ich nicht mehr schlau. Aber... Ich habe auch einen schönen Tag gemacht. So, genau. Aber ich glaube, dass Rapide es dir nicht so ist. Ich bin ein bisschen驚ig. Es hat sich so gehalten. Ich glaube, der ist ein falsches Problem. Ich glaube, das ist das so. Soh na noかな? So o jasくないってさ Chee? Hiddoi na Nya ha ya, naka naka midooro no aru shonen jya yo Tau Gildo ziman no boss de gozaimasu Tau Gildo ziman no boss de gozaimasu Omae mo skoja mi naru do iwae Soh kuru ka Omoide to yu noha kokooro no sa sae Daiji na shina wa omoide no utsua nandja Arigato yo Boku, moo skoji ate kar ya sumu yo Ah, amari muri sumna yo Ich würde sagen wir spielen uns noch so lange weiter bis weil sie nicht eingeredet haben vielleicht wieder auf die weltkarte kommen können und so ich glaube ich ein guter schlusspunkt irgendwie weil ich schon irgendwie weiß ich nicht von irgendeinem guten punkt wieder hier schluss machen will aber irgendwie hoffentlich etwas freiraum bekommen Lass mich jetzt wenn du mich ausfüllen müsstest ich mir nachdem wie es ihnen geht da muss ich erstmal mit den anderen einreden ne ist noch wissen wo die alle sind das ist jetzt wieder so eine frage gefängnis wartet die mein gefängnis Das ist echt sogar jemand und Ich Ja, ich bin sehr stolz. Ich denke, dass es nicht so gut ist. Was ist das? Was hast du mit einem neuen Freund? Ich glaube, dass ich meine Freundin nicht so gut fühle mich. Ah? Ah, okay. Ich verstehe, aber... Was bedeutet das? Ah, okay. Ja, das ist das. Das ist das, was ich für mich nicht zu tun. Ich habe keine Ahnung, das ist das, was ich nicht zu tun. Ah, das ist das, was ich für mich. Das ist das, was ich für mich. Das ist das, was ich. Na, Raven, was du hier so machen? Ich habe ein bisschen Gedanken gemacht. Ola! Was ist das, was du? Hier gab es viele Dinge, ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich in der Zeit gekommen bin. Aber... Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich nicht überraschend. Ich habe mein Leben ausgesucht. Ich kann mich, wenn du jetzt bist. Ich weiß nicht, dass ich... Ich habe mich nicht überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Oh? stellen wir es gerade vollbildlich vor das sind unbezahlbar somit anlauf einfach nur wenn es einfach nur so die wand reingedrescht worden deswegen legt solche nur wüsste ausruhen davon das ist großartig ja ich darf die truppe jetzt um das ganze schloss um suchen nämlich jetzt mal an aber sonst nicht besser zu tun ich habe so jetzt hat sie ihre klamotten náh náh n da náh 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 n a nnk ms m u a chantoy okse sehre see ante moschet dainnomos toal eisei no system dolle meiw s swoik da Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich werde den Lass es nicht weitergehen. Nein, ich werde das Problem. Ich finde das Problem. Ich habe ihn. Ich habe ihn nicht mehr. Die König bin ich hier. Ich bin auch der Herr. Ich glaube, ich bin auch von Rita. Ich werde mich nicht mehr sagen. Ich werde es nicht mehr da sein. die gleichen von nein das geht nicht auf okay wer fehlt noch judith patty ja ja ich habe vergessen mich mit zu ziehen okay ich nehme an ihr haupt irgendwo hier in der nähe herum ich hoffe es zumindest ehrlich gesagt kein bock euch so lange zu suchen was ganz schön groß hier irgendjemand zu finden ist schon relativ nervig julev jüri nani stend da ferro ni mou ich do rennac ga tskanai ka tamesite mi yo to mofte zaude ga kodai na saiak ni kankke alu nara moしかしたra ferro ga nanika ssitte ilu nj jaj ka toumou yo estel no kikareru nj jaj ka nantokanali soo da titte okuwa soka arigato na 私はね helmesch kibblastia o koas koto da keo ikiru目的にしてきたの それをしていらいだ 他のこと考えなくていい 他のこと 世界のこと自分のこと いろいろ もし estelと出会わなかったら 今でも何も考えずに バールと一緒に飛び回ってたかもしれないが エローもジュディが変わったって 言ってたっけな でも勘違いしないぜ estelのことは本当になんとかなりそうだから そういうのに ブラスティやエールのことを 放っておくつもりはないもの ああ それ そしかね さっきもいろいろってのも関係してんのか あ 悪い 忘れてくれ 私はもうエステルを殺さないし 殺させもしない そして アレクセイは許さない わかった 私の仕事をする それまでに戻ってくれよな 了解 ジュディ ん? 勝とうぜ ええ ok ok また patty ich meine ich war die türe darauf die treppe da hochgehen vielleicht muss ich aber wenn auch noch mal sprechen aber wurde fragen warum die sich gerade unterhalten wer war eine mutfrage was du hier stehe ich mit einer aufregenden historischen zeit es will auch wenn aufstatt zu weg fahren mein herz poch wie verrückt ich kann wahrscheinlich wieder hoch ne nur ich habe sagen für ich muss den party schneiden ein paar mal einfach nur weil ich nicht genau weiß wann ich einen schnitt machen soll ich jetzt nicht noch eine stunde irgendwie so ich will ich will erstmal gucken weil ich hier wieder auf die weltkarte kann mit baul durch die gegend fliegen kann hoffentlich auf fertigkeiten greifen kann und so jetzt irgendwie aufzuhören weil ich will wieder so ein paar sachen auf screen machen so nebenbei wenn schon die wahl ab wo bist du patty ja war ich schon überall unten ist ja nicht riesig dieser blöde palast und so noch da bisher war ich muss mit euch allen reden deswegen Ich habe mich nicht mehr so verletzten. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe, dass ich mich nicht so schlecht schaffe. Ja, deswegen... Ah, ich gehe. Es ist gut. Es ist wieder zurück und nicht zu sterben. Ah, das stimmt. das spiel hat mich gezwungen also so Ich bin mir das, was ich am besten zu tun. Ich habe meine Freunde... Die Überlegung ist nicht so stark. Ja, es ist so stark. Ich habe es vergessen, dass ich dich zu finden, dass du dich zu suchen, Maris-Stella? Es ist ein wichtiges Schicksal zu retten. Das ist nicht so, dass ich mich nicht忘le. Ich bin nicht so bereit. Nur eine Träume ist gut. Träume ist gut. Träume ist gut. Was hast du? Ueli... Ich... Alexei ist es sicher. Ich muss mich nicht erraten. Ich muss mich für meine Reise. Ich muss mich nicht erraten. Ich muss mich nicht erraten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich freue mich. Jetzt hat die Gilder der Geist-Gilder, er hat sich mit einem Flughafen geholfen. Die Geist-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen-Gerchen? Ja, ich werde mit dem Geist-Gerchen, vielleicht auch gerne mit dem Geist-Gerchen-Gerchen-Gerchen. Dann gehen wir alle mit der Gertälte von Alexei. Natürlich! Der Herr, was... Patti? Wenn man es gar nicht gesagt hat, dann erstmal ich rieche things. Ich sache, mich zu sagen. ja okay ich habe schon sorgt für ich weiß was du mir sagen willst das mit alexei also nicht mit dem vergeben sollen irgendwie macht er jetzt nicht so ein eindruck hat irgendwie ein fehlgeleiter der bösewicht oder irgendwas also ja natürlich durch haben wir den platz irre hat sich der gruppe angeschlossen warum nur repeat was ist mit dem rest もう行くのかい こっちはもう少しかかりそうだ Ich hatte gesagt, dass ich die Gilder umgelegenheit hatte. Ich glaube, es war so etwas zu tun. Ich glaube, dass ich keine Ahnung habe. Ich glaube, dass ich mich wieder zurückkehren kann. Ich glaube, dass ich mich noch nicht aufgeregt bin. Ich glaube, dass ich mich nicht aufgeregt bin. Es ist nicht so, was du? Es ist nicht so, dass du jetzt nicht so, was du. Es ist noch das. Das ist das, die Nachfolge der Nachfolge. Der Verteidigte hat Jöödel-Denke an den Schlechern. Es ist natürlich auch, dass der Nachfolge der Nachfolge der Nachfolge der Nachfolge der Nachfolge ist. Hm. Es ist also das, was du, wenn du noch nicht, dass du Estel gehst. Es ist das, was ich. Ich habe mich nicht so gut, dass ich mich selbst fühlen. Ich habe mich immer so gut gehört. Ich habe mich nicht so gut, dass ich mich selbst überraschend hatte. Ich glaube, wenn ich mich so gerne, bin ich. Ich werde mir etwas über Blastia und Ehrl erzählen, dass ich mir über die Viergegnete. Ich werde es über die Viergegnete, dass ich mich über die Viergegnete. Ah, paham. und die story der hino jetzt war es erst aber waren sofort sobald das schiff bereit ist ich habe mit dem captain noch ein rechnung zu vergleichen na gut wo wartet die an alle auf mich jemanden in der unterstadt und jetzt mal raten dann gehen wir mal weiter ich bezweifle dass das letzte dungeon finale boston also was wird sage ich jetzt mal ganz ehrlich was ich frage ich habe irgendwie so für alexei wird noch nicht mal der finale boss irgendwie seien neue sachen kann er jetzt die alten sachen weil ich habe mir das intro von test für spieler schon oft angesehen bevor ich schon das spiel überhaupt angefangen habe zu spielen und alexei kommt glaube ich in keiner szene vor das ist sehr verdächtig ich habe so gefühl der duke typ hier der wird irgendwie der finale post oder so weil der kommt in dem intro vor warum kommt der der in gänsefüßchen hauptbösewicht dem wir ja das ganze spiel lang hinterher jagen also nicht im ganzen spiel da war schon eine ganze weile warum kommt der nicht im intro vor außer ich habe ihn irgendwann von dem übersehen oder so aber ich meine ich habe den nicht gesehen im intro das ist verdächtig gute morgen ich habe mich noch nicht in die stadt die kreis die kreis 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 der gefährliche ort Ich weiß nicht, dass ich das nicht so richtig bin. Aber ich habe Alexei in der Karte. Ich habe mir das Wort verletzt, aber ich kann mich nicht mehr überleggen. Ich habe noch nicht mehr gehört. Ich glaube, ich habe es nicht so schlecht. Wenn ich hierher komme, dann kann ich nicht mehr machen. Ja, wenn ich mich nicht mehr überleggen, dann wird es mir so gut verletzt. Ich habe eine gute Reise. Sie kommt nicht spät. Ach, warte. Die Kontraktion, pass auf. Wenn du es nicht verletzt, dann wird es nur das Leben gefährlich. Sollte... Das ist das, was du mit uns zusammenkommst. Sollte die Kontraktion erreicht, oder? Nein. Pff! Festel! Du... 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 Entschuldigung, Rita. Du... 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 Du sprichst. Du sprichst. Ampferlich. Das war's für heute. Alle sind für alle, die sich daran erledigt. Ich bin wegen der Welt der命運. Ich weiß, dass sie nicht nur ich, wenn ich nicht so. Lester. Ich kann es auch, wenn ich. Ich kann es auch. Ich kann es auch. Bitte, dass ich mich auch odbyt. Das ist nicht so. Aber ich habe dann gesagt, dass ich mich selbst betrachte und ich habe. Das war's für mich. Ich kann es nicht antworten. Ja, das ist ja. Wenn du mal jemanden sagst, kannst du dich nicht sagen. Geh mal mit dir. Ich kann es nicht sagen. Ja, wenn du dich nicht so schwerst, kannst du dich alle helfen. Und wir gehen mit euch. Wir werden mit diesem großen Führer zum Wetter loswerden. Ich versuche nur ein bisschen... Ich will keine Einwanderung, ich will niemals... ich will niemals einigen. Ok? Soll ich es nicht? Es ist ein... Es ist ein ein Wunder. Ja. Ich hab's so was von gewusst. Nein. ich höre wie dieser einen tuss irgendwie eine ader platzt irgendwo in der ferne du 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 Ich werde die DAS-Sein beenden. Die DAS-Sein, die Frenz-Sieho. Die DAS-Sein, die Gjeld, die Vesperia mit dem Blut und der Gjeld. Das ist doch ein guter Weg. Alexei, bitte. Ja. Bitte, Yuli. Warum soll ich das nicht geblieben? und die wir haben etwas freier sie hat empfangen umwelt prinzessinnen mit einem wieder vereint wortwörtlich unsere truppe ist komplett fertig vorm wandel am daten auf einmal das ist für einen off-topic skit Ja Ja, was ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht das war jetzt noch erstell muss wieder ein level unten seien ehrlich soja mit den ausrüstungen und so da werde ich natürlich erstmal lange zeit nicht wo es nach dingen überhaupt ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht dass jetzt flinnt sich noch nicht anschließt weil das ist ja immer noch so ein ding ist hier so ein charakter nur in der ps3 version damals aufgetaucht ist deswegen hätte ich gedacht aber vielleicht sind wir ja doch im form finalen kampf oder sonne also wie viele gibt es denn jetzt vielleicht doch vor dem finalen kampf sind dann hallo kann ich da wieder ein weißt du wer hat doch vom finalen kampf und können irgendwie weiß nicht müssen jetzt weiß ich nicht ich gegen alexei kämpfen die welt retten und so rechte rein die ob einfach nur hier okay so mein gott was ich machen will ist wo ist die kloster um stadt ich weiß ja nicht genau wo ich hin muss deswegen also ich weiß schon wo ich hin muss aber ich weiß nicht wo das ist auf der karte irgendwie weiß ich sehe ich vielleicht ja auch für karte irgendwas da oben rechts ist was neben dem eis also ich hoffe ich kann mich irgendwie den ort näher an ohne dass ich direkt irgendwie eine katz sie nur so trigger würde ich nämlich ganz kurz machen damit ich auch weiß da kann ich irgendwie hin fliegen und so da ist er sich ja ich spreche mal ich freue mich auf jetzt alle neuen charaktere als kann jetzt auf screen erst mal einige sachen machen ich kann fertigkeiten lernen ich kann mich wieder durch welt hier umschauen juli und flints arzt sagt wieder kommt noch eine menge skips aber jetzt die ganze truppe haben die gleichen techniken die jahrhunderte alte technik ja ich würde mal jetzt ganz einfach tippen den unterklettern also das ist ja gar nichts ich nehme an dass er ist der ort es ist ja gar nicht sehr krass gut ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen noch vor dabei ist man ich hoffe ich nehme jetzt noch mal sehr stark an ja ein paar skips werden ja noch aufpacken auf ploppen deswegen fliege ich hier noch so ein bisschen durch die gegend okay 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 ja das kenne ich der gleiche geht mir auch so wenn ich so schoko weihnachtsmänner oder schoko asena ich mach dir einfach nicht gerne auch wir sind so schön so müssen wir noch das sieht so verdächtig aus so hat ich fühle mich gerade sehr spontan wo ist mein notiz zettelchen ein so ein giganthof wie ich werde mal da wohl erledigen können heute oder pass auf mount themser und forst egotor mount themser soll vielleicht mal nachgucken und zwar hier da für ich das level 49 kriegen wir dort wenn du mir so blöd geordnet hier immer mal nach mount themser ist glaube ich direkt am eingang aber wenn ich jetzt bist du mal wissen gucken wir mal ob ich das kriege da hat schon wieder aufgeholt dieser pizza wie kann ich da mein gott versuche mal gegner anzustinken ich nehme es zell in der gruppe weil sie braucht erfahrungspunkte spiel mal juri und flint kann auch reinkommen ich habe der ex 1 gekauft mann frau heilige rüstung war schon irgendwie die krassen klamotten überhaupt nicht du hast eine eiserne junge frau zurück ich glaube die konnte ich mir herstellen ich glaube die gab es ja war was er in solche krassen waffen der erste monschein akku sauber und dann sagen wir mal ein paar sagen okay okay cool sind ein paar krasse sachen soll jetzt kümmern wir uns noch ein so ein ding level 48 weiß nicht wie statt das ding im ford ego tor wie auch immer ist ich glaube glaube ich gar nicht irgendwie herausgefordert normalerweise gehe ich ja immer in diese diese gigante monster rhein tut ihm mal kurz zu ansprechen an den analysieren und dann gehe ich wieder raus um zu gucken wie stark die sind so level 48 ich könnte mal versuchen mal zu kochen obwohl bringt hat überhaupt irgendjemand so besser den angriff aber nicht von repeat bitte von einer an uns egal für jahre von fünf prozent aber nicht dauerhaft ne da kommen wir ja so eine truhe gewesen ich glaube da wollte ja schon öffnen da kommen ich werde mal down kriegen was jetzt level 49 schwäche erde er kommt da kann man sich gut aus glaube ich sagen wir nicht gewonnen schottet werden von irgendwelchen angriffen ich sehe die abhängig okay ich sage für die nächsten fahrt werden so ein bisschen neben quest lasst sich sein vielleicht versuchen wir noch mal irgendwie kolosseum mit einigen charakteren okay das ist nicht so ja sieht gut aus hier zwei magier während einer hier drauf haut nicht schlecht da kommen nein daneben ja schon richtig nerviger angriff irgendwie manche hat flimmen scheint am flimmen bisher noch nicht mal richtigen fertigkeiten und so was hat alles ausgerüstet aber darum kümmere ich mich ja als aufs krägeln ich werde mal wieder alle fertigkeiten lernen alle sachen herstellen er wird schon wieder ich werde vorbereitet sein ist mal war man bleibt hier naja du brauchst ein objekt du bist ja auch noch kauf vielleicht gerade mein ganzes mal gut naja ich hatte ja nicht genug vergessen ich baue noch drei dinger mindestens also ich nehme an dieser part wird in zwei parts geschnitten wird schon anderthalb studie am aufnehmen also wenn definitiv zwei parts werden ja mal jetzt abgehauen haben wir jetzt bleibt hier im beach des lebt der tod dann gäste ich so schon wieder eine heilerin team zu haben hallo ist ja deine hand habe ich schnell sie wäre dinge verballern die sehr viel noch erst der feuer über dem boden und schnell ja komm mal her naja ehrlich jetzt aber kommen den wir aber da war ich glaube ich nachher die fische die halten aber auch viel aus abgeworfen auch na geblockt na der kampf der tut aber auch sehr die hp tp und also was ok hp nicht mehr aber trotzdem ach ja können ja nicht na 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 der kommt angerutscht alter ich bin alles aufgestanden da na da wenn ich so ein fliegendes fisch werden voll nervig ja auf 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 dem boden klatschen dann einfach weg gibt es jetzt nicht auch eigentlich nur tp heilungs gegenstände einsetzen habe ich nicht dingens rolle oder irgendwie sowas ausgerüstet ich glaube nicht mehr da habe ich mich mal kurz da vielleicht habe ich mal kurz geweckt auch ist der aua so weit reicht noch mal so viel dazu wenn du brauchst nicht wirklich für heilung sorgen finde ich da wäre es eigentlich schon der perfekte team ne auch von der story relevant sehr nebenein selbst aus dem abstand gehen werde jedes art kann nicht umbringen ich hoffe da ist jetzt nicht wortlich gemeinten das wäre ein bisschen doof ein bisschen wir wären ein bisschen doof wir brauchen nicht so ein bisschen die welt braucht ja auch meine zuschauer baulich auch 86.000 kommt also abgaufen war abgebrochen meine ich du kannst ruhig wieder heilen er wird es so ein luxus jetzt der fall ist wieder unsere charaktere heilen können ist schon ungewohnt irgendwie nach egal war dritter trotzdem vor allem die phrase bekommen noch bleibt mal hier rita ich halte ich mal ganz ein bisschen hier bei greta rita das ist die einzige kombi bringt so steht mir ein bisschen zu früh immer auf aber damit wollte ich eigentlich treffen aua aua da genau abgebrochen in dem richtigen ich hätte eigentlich julef mitnehmen sollen ins team habe ich sorgt für mehr besser h mein überlehmt voll mörder kaputt rasselt da rita ich sehe ich schon wieder losgerennen ich bin mal gar nicht irgendein angriff ich nehme an dieser eine angriff wie doch im boden auch nicht wie es so anfällig in erde ja falls es euch aufgefallen ist wir kriegen natürlich gleich was ich aber irgendwann noch bekommen oder so aber meiner weise bekommen wir ja immer irgendwie was nicht sehr bedeutend ist aber also erfahrungspunkte zu kriegen wir auch noch ist ja klar aber trotzdem muss man irgendwas dem party für uns sagt wir werden noch eine menge skips auf kloppen die ich aufnehmen muss einfach nur okay so oft auch erfahrungspunkte und eine menge geld doch ich habe nichts bekommen kein ausrüstungsgegenstand oder so und jetzt ist echt noch eine truhe wachsende erde alles nur für euch wut 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 jetzt wo die ganzen das habe ich sogar noch nicht jetzt wo die ganzen dinge jetzt hier auftauchen die ganzen jetzt habe ich so viel wir haben so den punkt erreicht es ist immer weiter jetzt aufspielen irgendwann wird so der punkt erreicht wo dann einfach alles gibt's rausgehauen werden war jetzt irgendwie der punkt erreicht worden ist wo man mehr oder weniger sind schon wieder um pc aufgeploppt ist weil man hat das meiste schon erlebt weil jetzt kommen die ganzen es gibt es hier übers kochen deswegen nehme ich jetzt mal an wir haben so einen punkt erreicht wo am besten jetzt alle sachen rausgehauen werden können da gibt es hier irgendwo ich wollte ich wollte eigentlich nicht in mich rein rennen danke ja mein job jetzt erst mal ist ja hoch zu leveln auf den gleichen level den rest der charaktere jetzt ehrlich gesagt es wird ein neues kampf thema oder irgendwie so hat kommen aber jetzt hier wieder so einen neuen punkt in der story sind keinen sinnvoll geschmack klappt es kommt noch eine menge es gibt auf jeden Fall ja 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 Was? ok warte mal wieder sachen aufbauen das auch wieder so eine sache ich weiß jetzt nicht was ich alles besuchen kann und was nicht mit einigen sachen sind jetzt wahrscheinlich hier am passieren wenn ich über hingehen wenn ich kann jetzt irgendwie so triggern hat hier alles gibt es zu kommen weil uns bis ich erstmal die aufnahme aufstellen wieder anstellen wir sagen für die ganzen kost gibt's werden jetzt eine ganze weile lang ja auftauchen so mein gott ich überlege die ganze wie komme ich noch mal in der luft so problem ist es gibt sie tauchen wir einen so eine verzögerung auf den tels auf spielen deswegen muss ich mal so ein bisschen warten dass die kursierung stadt ich will mal kurz gucken ich habe kursium teilnehmen kann dann wir müssen jetzt mal nicht versucht habe hier einzugehen nicht level 50 jedenfalls 50 das scheint irgendwie ein gutes level sein wir hatten es ja fast geschafft mit juri ihr erste dicken zu schaffen deswegen nehme ich jetzt mal an wenn wir irgendwie jetzt hier reingehen dann können wir vielleicht irgendwas geschafft kriegen würde ich jetzt mal raten wir haben außerdem irgendwie so ein gegenstand der und irgendwie halt wenn man gegner töten wird es glaube ich auch einfach machen so es geht nein okay ich hoffe jetzt wirklich oft gehen wenn ich milliardens gibt's irgendwie auch kloppen weil man müsste ich jetzt mal die aufnahme für jeden müsst ihr anschweißen so wie sieht es hier mit aus nichts neues werde ich mich später umkommen da müssen wir eine tüte immer sagt hier mein laden wird bald öffnen hat ein plan mal geöffnet du öffnest irgendwie nieder einladen oder der hat doch schon von anfang gespielt irgendwie gesagt aber ich werde bald meinen laden öffnen werde ich verreich und so ne okay dann vielleicht nicht gesagt aber trotzdem sl kehrt zurück das hätte der erstes gibt sein müssen dass wir aufgekloppt wäre weil es dann eigentlich mit repeat und ja so alles klar wir können hier auf jeden fall rein starten wenn wir wollten ja bevor ich jetzt hier noch sitzen die ganze zeit ich nehme an ich werde keine wahl haben als erst mal ja reinzuschalten wenn ich uns gibt ja gefunden habe das ist eine menge sein also ja wenn ich für keine wahl damals jetzt hier auf haben wir mal ready zu haben bis wir damit fertig sind ich habe so gekommen der ganze menge baul ist wieder da das war ein bisschen ernst jetzt nicht gedacht gut ich würde dann sagen ich wäre in dem park jetzt einfach hier also es kommt jetzt noch ins geht und ja genau jetzt ich werde durch die welt ein bisschen reisen wird hier statt nochmal besuchen wird hier und da mit leuten reden wenn ich jemand finde ich euch dann ein vielleicht wird ein paar irgendwie nur daraus bestehen wie war cut scenes oder so stolperer ich werde mal versuchen damit diesen hunde dinge mir abzuschließen damit war ja aber da war doch irgendwie so was ne ich habe sorgt für ich hatte doch schon an einem ort irgendwie alles aber bei einigen dingern ist es ja so dass ich gehe da irgendwie nicht erfüllende mission oder reden mit irgendeinem hund oder so und dann sagt er ja ich beschütze dieses revier wenn du immer als eingesammelt hast ich nehme an hat schon immer hier so dunkel hat sagt kohle aus dort besetzt ploppt nichts auf also gut ich habe etwas mit den skips aber ich zweifel ist da wenn noch viele kommen wenn dann welche kommen dann schlage dann schaltet euch wieder ein und dann ja wenn er wird ja sehen wir demnächst ein part als passiert okay ich bedanke mich dann echt herzlich für zuschauen ich habe euch heute weil wenn ja hinterlass noch ein like ein abo oder ein kommentar und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschau